Musik So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast, die zweite Folge, ähm, Premiere, ne? Weißt du, wie lange schon her ist, dass ich ein nett neues Projekt angefangen habe, außer GTA 4? Nö. Ja. Äh, nein, 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 kein Eisen schmelzen. Du darfst das Eisen nicht zweimal schnellst, weil sonst kommt Refried Iron raus. War ich gerade im Ernst so blöd und hab bereits gebrannt, ist das Eisen nochmal gebrannt? Ja. Boah, oh, man. Weil da kommt ein anderes Eisen raus und das brauchst du für andere Sachen. Boah, ich dachte, das wäre ein normales Erd. Ich war so in meinem Temperament. Scheiße. Hier ist aber noch Eisen. Du brauchst gerade ab. Aber das ist auch jetzt ein Erd, was sich dann noch schmelzen muss. Das ist jetzt ein Erd. Also genau das Richtige für mich. Hast du reingeschaut? Ah ja, gut. Dann werde ich das gleich zusammenbasteln, damit wir auch schon das dann direkt abbauen können. Warte, da kommt noch mal Eisen. So, das reicht im Prinzip schon dafür. Wie lange wollen wir denn hier noch abbauen? Äh, ich glaube, es ist noch Nacht draußen, oder? Weiß ich gar nicht. Ich gehe gleich mal gucken. Ah, er lässt sich gut abbauen und dahinter verbirgt sich Ember. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Das sagt dir auch nichts, ne? Ne. Gut. Okay, jetzt noch Nacht. Dann lass noch ein paar Steine kloppen. Was hältst du davon? Jo, davon halte ich viel. Ich meine, die kann man immer gebrauchen für Werkzeuge. Und ich würde sagen, wir sollten auch Steinwerkzeuge normalerweise nehmen, oder? Weil Eisen, finde ich, ist manchmal so Verschwendung. Weil das kann man für so viele andere schöne Sachen gebrauchen. Und es dann da zu verballern, ist dann, naja, schon schade, oder? Ja, kann man machen. Denke ich. Aber die ganzen Monster sind draußen auch tagsüber, ne? Äh, ich glaube, das war jetzt Höhle. Hier. Wurde angezeigt. Ich weiß es gar nicht. Kann, ach so, dass man dann, wenn man oben ist, andere angezeigt bekommt, ne? Mhm. Das kann, na, wobei, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Wir werden so rausgehen. Naja, ob das dann was Positives heißen mag, oder was Negatives. Moment, wo ist der Schach, wo wir durchgefallen sind? Hier. Warte, hier. Äh, können wir den kurz zumachen, vorsichtshalber? Genau. Mit Holz, dass wir wissen. Ne, lass das doch so, dass... Sieht natürlich aus, als ob wir so einen Korken in den Arsch gesteckt hätten, aber... Trotzdem, da weiß man, wissen wir, wo wir hochgekommen sind, und, äh... Da kann keiner reinfallen. Kann sein, dass ich die ganze Zeit Marble am abbauen bin. Ja, jetzt helfe ich dir auch noch dabei. Und dann mache ich den Stack noch kurz voll, und dann mache ich mich auch an Cobblestone. Ich weiß auch, dann grabe ich noch ein bisschen mehr. So, meine Spitzhack ist eigentlich auch kaputt. Achso, ich hätte gedacht, das war meine. Aber ich kann natürlich auch meine ganzen Professionali... Äh, Professionalitäten. Ich kann natürlich auch meine ganzen professionellen Sachen von dem normalen, was man im Multiplayer macht, auch hier anwenden, mit Bauen und sowas, ne? Ja. Ja gut, dann kann ja nichts mehr schief gehen, Daniel, ne? Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber... Ja, da kann ein wenig schief gehen, sagen wir es so, ja? Ja. So, ähm... Und... Mach mal ein bisschen lauter die Musik. Okay. Ich möchte nur kurz klarstellen, dass ich hier nicht cheaten kann. Moment mal. Wenn ich jetzt hier irgendwas cheate... Ne, das geht nicht. Da kann ich mir nur maximales Rezept anzeigen lassen. Ja, das ist auch sehr praktisch. Ja, weil ich möchte auch... Wir wollen ja nicht cheaten, oder? Ne. Das ist ja gerade hier das Witzige an der ganzen Geschichte. Das man eben nicht cheatet. Kommst mal kurz zu mir, weil ich jetzt noch ein Ort, dass ich nicht mit einem normalen Spitzalker abdauen kann. Ja, ich komme. Wo denn? Äh... Ich glaube, du stehst fast bei mir, wenn du auf deinem Minimum guckst. So. Moment, es verstehe jetzt gar nicht, wo das sein soll. Ah, das... Ja, hier. Hier. Ach da, in so einem Schachtversteck. Das ist auch wieder Ember, meine ich, ne? Ja. Jo, haben wir schon zweimal Ember. Jetzt ist ja ganz, ganz toll. Ja, das ist wahrscheinlich für Zauberei oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber das mit diesen Solardingern klingt auf jeden Fall interessant. Mal gucken, was wir hier alles in diesem Menü drin haben. Da haben wir Jungle Hive, dann haben wir hier... 45 Seiten. Also, ist überhaupt nichts, ne? Nein. Also... Wobei, Minecraft alleine Standardobjekte sind, glaube ich, nur maximal 10 Seiten, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht genau. Waren damals weniger, aber ich meine, da ist ja so viel dazugekommen. Das ist ja jetzt dann was ganz anderes. Okay, ich glaube, es ist Tag. Wir können raus. Lass mir doch kurz diese Säule hier abbauen. So. Jo, es ist Tag. Wollen wir rausgehen? Mhm. Okay, warte. Dann nehme ich kurz die ganze Kiste plus Inhalt. An der Seite ist überhaupt nichts drin. Warte kurz. Ich brauche noch die Werkbank. Ja, ich habe auch eine Werkbank dabei. Ist doch witzig. Ich brauche nämlich mal ordentliches... Soll ich die Fackeln wieder mitnehmen? Äh, ja. Weil es sind ja auch eine ganze Menge, ne? Das ist ja nicht so, als ob es sich nur um ein oder zwei Fackeln handelt. So. 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 Ah, der ist ja schön mitgenommen. Wir schenken der Mine nichts. Ich zerblüte mich hier hoch zu bauen. Willst du darauf jetzt eine Antwort haben, oder nicht? Nee, lieber nicht. Ah, ich brauche mich jetzt wieder runter. Ja, wenn nicht, ich möchte auch noch hochkommen. So. Die Musik, die ist gerade richtig... Ja, spannungsaufbauend. Oh. Oh, wir prüchten vielleicht Essen. Ach, stimmt. Wir verlieren auch... Ah. Hier liegen Skelette... Von Skelettgedönster. Ich würde sagen, wir müssen ganz dringend irgendwo anfangen zu bauen und dann auch Sachen anpflanzen. Oder ist ein Kürbis? Ah, das ist ja toll. Können wir Kürbisse anbauen und dann Kürbiskuchen machen? Ja. Da bin ich ja auch seit neuerdings Fan von. Und ich würde sagen, wir bauen in der Wüste, oder? Und ich habe schon wieder Ember gefunden. Das kann doch echt nicht wahr sein. Nee, das ist nicht Ember, das ist das andere gewesen. Komm mal. Oh, hier ist schon wieder ganz viel von diesem Zeug. Warte mal. Das nehme ich noch kurz mit und dann komme ich. Ja, ich dachte gerade ein paar sicher. Gibt es denn hier auch ganz gefährliche Sachen, die mir zu Gefahr werden könnten? Ja, die Zombies, die ich in der Folge der Folge gesagt habe. Also sollten wir nachts auf jeden Fall irgendeine Unterkunft haben? Ja. Eine gut gelb, was das denn für ein komischer Block im Wasser? Oh, ich sterbe. Wie, was? Man essen. Wo bist du, wo bist du? Hier oben. Aber ich habe gerade das gegessen. Pass auf, ähm. Ich bin nur für 14 Blöcke, 10, über dir. Wir müssen unbedingt jetzt mal langsam ein Haus bauen. Brauchen aber dafür Holz, würde ich sagen, ne? Ja. Oder wollen wir das mal Stein bauen? Wobei, Stein ist doch nicht so, oder? Ich würde toll sagen. Ja gut, dann lass Holz sammeln. Okay. Soll man Fichtenholz? Äh, was für heute soll es so Fichtenholz? Ich denke schon, oder das sehe ich gerade so in der Umgebung. Ja, komm, dann. Aber auch mal Fichtenholz ab. Das ist auch nicht, ich mach mir erst kurz ne, ne Stein, Dingshacke. Denn wir müssen uns schnell eine Unterkunft bauen, ne? Ja, und in der Aufnahme wäre schon, würde ich jetzt schon noch sagen. Ja, ja. Sonst können wir auch noch durch sie rumrennen. Was soll die Leute hier von uns denken? Das Ding auch, wir sind totaler Assis. Ja. Also meinem anderen To-getter ist mein Haus noch nicht fertig. Was ist das denn für ein To-getter? Das ist Vanilla-Mein-Kraft. Das ist normal also? Ah, und wenn's kompliziert wird, hier, wie wir bei Fiete B2, ziemlich ins Boot, ne? So läuft das hier. So. Hättest du denn irgendwie auch mal was zu essen, denn ich verhunne dich ja gleich auch. Ja, komm mal zu mir. Moment, ich auch noch kurz diesen Baum ab und dann komm ich. So, ich bin da. Ja, im Ofen. Sehr nett von ihnen. Das kannst du dir auch noch rausnehmen. Ach du Scheiße, die Kuh steht direkt vor mir. Ja gut, pass auf, nehm ich, Mensch, diese blöde Kuh hier, die treibt mich in Wahnsinn. Genau, das meine ich aber auch. Du hast dem Ganzen ein Ende bereitet. So, ich höre gerade so ein ganzes Geplopper von diesen Würfel, die da im Wasser sind. Das ist natürlich diese, die es auch normalerweise gibt. Ja, die Slimes, die wir bei dir gekillt haben. Ich habe ganz viel Copper gefunden. Ein Kompass. Copper. Ach, ein Copper, ich hab' Kompass verstanden. Was können wir denn hier... Ah, da ist einer. Kommt zu Papa. Oh, oh, ich bin nervös, was ist gleich passiert? Das ist ein Massaker, was du da machst. Wie ist das denn? Daniel, die Folge ist um. Was? Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder und bis gleich.